Ist die Nik Collection 5 ihr Geld wert? Ich schaue sie mir heute mal genauer an. Es gibt ja insgesamt acht Plugins und ich gehe ein bisschen auf ColorFX Pro 5 ein, denn das ist tatsächlich mein Lieblings-Plugin, mit dem ich meine Bilder dann tatsächlich noch ein bisschen besser mache. Und ich zeige dir auch mal meine drei Lieblingsfilter, die ich eigentlich fast in jedem Foto verwende, um so diesen finalen Touch auf das Bild zu legen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich habe mir jetzt hier mal ein Bild aus Island geöffnet, was ich letzte Woche erst geschossen habe. Das Wetter war ja nicht ganz so gut, also es gab keinen tollen Sonnenuntergang oder so, aber auch in solchen Bedingungen kann man ja tolle Bilder machen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich werde jetzt hier ein paar Kleinigkeiten in dem RAW-Converter machen und dann dir zeigen, wie ich mit der Nik Collection dann auch tatsächlich noch ein paar richtig coole Effekte auf dieses Bild legen kann. Also fangen wir einfach mal an in den Grundeinstellungen. Ich würde jetzt hier mal die Lichter einfach ein bisschen abdunkeln. Wir haben ja hier oben das Histogramm, da sieht man das relativ gut. Die Tiefen noch etwas aufhellen, sodass wir da auf jeden Fall auf der linken Seite nicht mehr anstoßen. Und so haben wir eigentlich schon ziemlich gute Details hier drin. Ich würde jetzt hier noch in das Maskensymbol einmal reingehen, hier einmal den Himmel auswählen, den noch ein kleines bisschen abdunkeln. Denn wenn ich den abgedunkelt habe, dann schiebt sich das ganze Histogramm noch ein bisschen weiter zusammen. Wir haben noch ein paar mehr Informationen drin. Ich denke mal, das sieht am Ende ganz gut aus. Hier nehmen wir die Belichtung einfach noch ein kleines bisschen zurück. Perfekt. Das reicht eigentlich schon vollkommen aus. Und dann können wir hier wieder ins Bearbeiten-Modul reingehen und insgesamt die Belichtung ein kleines bisschen nach oben ziehen. Und jetzt haben wir das ganze Histogramm ein bisschen mehr zusammengepackt, alles ein bisschen mittiger geschoben. Jetzt haben wir überall gute Details drin. Und dann klicke ich hier schon einmal auf Öffnen und habe jetzt das Bild direkt hier in Photoshop geöffnet. Und du siehst jetzt hier auch schon, dadurch, dass ich die Nik Collection installiert habe, als Plugin quasi, kann man hier auch direkt sich immer dieses Fenster öffnen lassen. Und hier gibt es ganz viele verschiedene Programme, Plugins von der Nik Collection. Also die Nik Collection besteht ja aus mehreren von diesen Plugins hier quasi. Und ich nutze hier besonders gerne ColorFX Pro 5. Denn dort haben wir verschiedene Farbfilter und Kreativeffekte. Das steht hier auch immer unten drunter, was die einzelnen Sachen machen. Ich klicke jetzt hier einfach einmal drauf auf ColorFX Pro 5. Dann wird hier eine neue Ebene erstellt. Und auf dieser neuen Ebene wird jetzt quasi alles angewendet, was wir in ColorFX Pro 5 quasi einstellen. So sieht die Nik Collection aus. Also relativ ähnlich zu Lightroom irgendwie. Wir haben hier auf der einen Seite so das Histogramm zum Beispiel. Wir haben hier noch eine Lupe drin. Und auf der anderen Seite haben wir hier unsere ganzen Filter, die wir jetzt anwenden können auf das Bild. Und das Schöne ist, ich kann Filter nicht nur auf das gesamte Bild anwenden, sondern ich habe auch immer die Möglichkeit, diese Filter lokal anzuwenden. Mithilfe von Masken quasi. Und ich zeige dir jetzt einfach mal so meine Lieblingsfilter, die ich hier echt gerne verwende. Zum einen haben wir hier den sogenannten Detail Extractor. Und da kann ich hier einmal auf das Plus klicken. Dann wird er hier einmal angewendet. Jetzt haben wir hier drüben die Möglichkeit, verschiedene Regler hier noch anzuwenden. Und du siehst schon, der Detail Extractor, ich kann ihn jetzt hier einmal ein- und ausblenden. So sieht es ohne aus, so sieht es mit aus. Im Endeffekt dunkelt er die Lichter etwas ab, hebt die Schatten ein bisschen an, sodass wir insgesamt noch mehr Details reinbekommen. So ein paar Mikro-Kontraste sind hier auch mit drin. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Ich finde diese Filter von Grund auf immer ein bisschen stark von der Einstellung. Deswegen drehe ich jetzt hier auch den Detail Extractor mal zurück, so auf 10%. Das reicht für mich vollkommen aus. Den Kontrast drehen wir hier auch mal auf so 2% und die Sättigung möchte ich gar nicht drin haben. So und jetzt gucken wir nochmal vorher, nachher. So sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Also da ist auf jeden Fall immer noch eine ganze Menge dabei. Und wir bekommen vor allem schöne Kontraste und Details hier in den Himmel nochmal rein. Und auch hier unten in das Wasser, beziehungsweise in den Wasserfall. Und ich habe jetzt hier natürlich auch nochmal die Möglichkeit, die Deckkraft komplett runterzusetzen von dem gesamten Effekt. Also ich muss das jetzt hier nicht unbedingt in den einzelnen Reglern machen, sondern ich kann das hier auch unten, den gesamten Filter von der Deckkraft nochmal ein bisschen reduzieren. Das mache ich jetzt hier auch. Ich packe das Ganze mal so auf 50%. Und jetzt habe ich hier die sogenannten Kontrollpunkte. Das heißt, wenn ich jetzt an bestimmten Stellen diesen Effekt zum Beispiel nicht haben möchte, dann kann ich hier einen negativen Kontrollpunkt setzen. Und zum Beispiel hier unten sage ich jetzt mal im Wasser, da gefällt mir das Ganze nicht so sehr. Und dann wird innerhalb dieses Kreises hier das Ganze entsprechend dann rausgenommen, dieser Filter. Den kann ich jetzt hier auch größer oder kleiner noch machen. kann jetzt diesen negativen Kontrollpunkt hier auch noch so ein bisschen verschieben. Ich kann auch weitere Kontrollpunkte hier noch mit reinbringen. Also einen zweiten hier zum Beispiel. Den kann ich jetzt hier noch hinsetzen. Und dann kann ich auch hier diesen Effekt dann nochmal so ein bisschen rausnehmen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Die kann ich dann auch ein- und ausblenden. Die kann ich wieder löschen, wenn ich möchte. Ich kann sie verschieben. Und damit kann ich theoretisch jetzt auch einzelne Filter mit einem positiven Kontrollpunkt nur an ganz bestimmte Stellen setzen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Detail-Extractor nur hier unten haben möchte, dann nehme ich mir jetzt einfach einen positiven Kontrollpunkt, setze den hier unten hin und dann wird es überall sonst ausgeblendet. Also das funktioniert richtig gut. Das ist mal der Filter Nummer 1, den ich dir zeigen wollte. Der zweite Filter, den ich richtig gut finde, das ist der hier der Profi-Kontrast. Da klicke ich auch einmal drauf, hier einmal auf das Plus. Und dann bekommen wir hier den nächsten, die nächste Palette quasi hier, Profi-Kontrast. Und jetzt kann ich hier reingehen und habe hier mehrere Regler. Zum einen habe ich den dynamischen Kontrast. Wenn ich den jetzt mal reindrehe und ich mache das jetzt mal relativ doll, dann siehst du, was hier passiert. Also auch hier wieder, ich mag diesen Kontrast sehr, weil gerade die hellen Bildbereiche vom Kontrast her noch ein bisschen abgedunkelt werden. Die dunklen Bildbereiche werden noch so ein bisschen heller gemacht. Man sieht das hier unten im Gras relativ schön. Ich finde das super, super gut. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Man muss es sich einfach selber mal angucken. Aber ich mag diesen dynamischen Kontrast sehr. Den kann ich auch mal hier so auf 30% reindrehen. Und es sieht richtig gut aus. Mit Kontrast korrigieren, das ist so dieser typische Kontrast eigentlich. Also da wird der Himmel jetzt hier zum Beispiel heller und die dunklen Bildbereiche werden dunkler. Und dieser dynamische Kontrast, der wirkt noch mal so ein bisschen anders. Ich kombiniere diese beiden Regler eigentlich auch immer sehr, sehr gerne zusammen. Und wenn ich jetzt hier mal das Ganze wieder ein- und ausblende, so sah es vorher aus, so sieht es mit aus. Und ich mag diesen Kontrast einfach unglaublich gerne. Und auch hier könnte ich jetzt zum Beispiel wieder sagen, hey, ich möchte das nur in bestimmten Bereichen haben. Ich möchte das gar nicht überall haben. Ja, im Himmel zum Beispiel gefällt es mir nicht so sehr. Dann könnte ich das aus dem Himmel auch hier wieder rausnehmen. Dann nehme ich mir hier einfach wieder ein paar negative Kontrollpunkte. Setze die hier oben rein. Mach sie ein bisschen größer. Nicht zu groß natürlich. Zack, setze einen hier rein. Und setze noch einen zweiten hier drüben rein. Mach den auch wieder ein bisschen größer. So. Zack. Den können wir hier noch in die Mitte setzen. Und dann haben wir diesen Effekt tatsächlich auch nicht im Himmel drin, sondern wirklich nur hier unten in der Landschaft. Und da gefällt er mir richtig gut. Da könnte ich sogar fast noch ein bisschen mehr dynamischen Kontrast reinpacken. Und so sieht das Bild doch schon richtig gut aus. Gucken wir mal weiter, denn ich habe hier noch tatsächlich ein paar mehr. Dann gibt es hier zum Beispiel glamouröser Schein. Den werde ich auch einmal ansetzen. Und da siehst du auch hier wieder was passiert, wenn ich das an und aus mache. So sieht es vorher aus. So sieht es danach aus. Dadurch wird das ganze Bild wieder so ein bisschen flacher. Ja, und das kann man ja auch super miteinander kombinieren, weil ich das zum Beispiel diesmal im Himmel sehr, sehr schön finde. Ja, wenn es hier so ein bisschen mystischer aussieht. Hier auf der Landschaft an sich gefällt es mir gar nicht ganz so gut. Aber dafür im Himmel. Und ich gucke jetzt auch mal nur auf den Himmel. Drehe jetzt hier den Schein mal so ein bisschen höher. Die Sättigung will ich gar nicht ins Negative ziehen. Die kann ruhig ein bisschen drin bleiben. So, und jetzt könnte man noch gucken, macht man das Ganze ein bisschen wärmer oder ein bisschen kühler. Ich würde es eher ein bisschen wärmer machen. Und jetzt setze ich mal einen positiven Kontrollpunkt. Und zwar hier in den Himmel rein. Und jetzt stellst du fest, okay, der Effekt wurde von der Landschaft wieder runtergenommen. Der ist jetzt nur noch hier in dem Himmel drin. Und zwar nur noch dort, wo ich diese Kontrollpunkte setze. Hier einen. Zack. Und noch einen dritten. Hier in der Mitte. Und jetzt können wir mal wieder gucken. Jetzt haben wir hier schon drei Filter angewendet. Und jetzt kann man hier auch so einen schönen Vorher-Nachher-Vergleich machen. So sah das Bild vorher aus. Und das haben wir jetzt daraus gemacht. Hier mit den drei Filtern, die ich in der Nik Collection bei ColorFX Pro hier schnell und einfach angewendet habe. Und das ist richtig cool, weil ich damit wirklich nochmal einen sehr, sehr schönen Effekt auf das Bild legen kann, was ich vielleicht auch in Photoshop machen könnte, aber es dort viel länger dauert. Und hier in der Nik Collection habe ich einfach diese Filter, die ich einfach nur anwenden muss. Und ich kann mir das Ganze natürlich hier auch direkt als Preset speichern. Das heißt, wenn ich jetzt sowieso immer die gleichen Filter anwende, dann kann ich mir die hier auch als Preset abspeichern. Und dann müsste ich beim nächsten Bild tatsächlich wirklich nur noch einen Klick machen und habe sofort diesen Look, den ich gerade erstellt habe, dann auf dem nächsten Bild auch wieder drauf. Also wenn du dir zum Beispiel in ColorFX Pro einen Look erstellen möchtest, den du auf alle Bilder packen möchtest, dann kannst du das ganz einfach dann als Preset auch abspeichern. Das war jetzt hier nun mal eine ganz kurze Übersicht über das Programm. Es gibt dazu so viel zu erzählen. Ich weiß, dass das jetzt hier erst mal nur das erste Video auf diesem Kanal ist. Mich würde einfach interessieren, hast du Bock darauf, dass ich mehr Videos auch über die Nik Collection, über ColorFX Pro, aber vielleicht auch über die anderen Plugins von der Nik Collection mache? Dann werde ich das in Zukunft natürlich auch tun. Aber für dich jetzt erst mal nur diese kleine Information. Falls du vielleicht ColorFX Pro oder die Nik Collection an sich noch gar nicht kanntest, hast du es hier an dieser Stelle mal kennengelernt. Ein ganz kleiner Einblick nur mal, was das macht und was das möglich macht. Ich klicke jetzt hier einmal auf Anwenden, dann wird das ganze Bild auch verarbeitet. Und das alles wird jetzt auf dieser neuen Ebene abgespeichert in Photoshop. Und ich kann in Photoshop ganz normal danach wieder weiterarbeiten. Also, falls du Bock darauf hast, weitere Videos zu diesem Thema zu sehen, dann schreib es einfach mal unten gerne in die Kommentare. So, und jetzt ist das Ganze hier auf dieser neuen Ebene. Die Ebene heißt jetzt auch ColorFX Pro 5. Und das Schöne jetzt ist wieder, ich kann natürlich auch hier die Ebene in der Deckkraft einstellen. Ich kann theoretisch sogar hier eine andere Mischmethode einstellen, wie zum Beispiel weiches Licht, wenn ich jetzt hier mehr Kontrast damit reinbauen möchte. Oder ich kann mir halt auch hier jetzt wieder eine Maske erstellen und diese ganzen Effekte, die ich jetzt auf das Bild gelegt habe, auch hier nochmal maskieren und so nur an bestimmten Stellen wieder einblenden. Aber so sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Und ich finde, ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, dadurch, dass wir da einfach nur drei entsprechende Filter angewendet haben. Soviel also zum Thema Nik Collection 5 bzw. ColorFX Pro. Wenn du, wie gesagt, weitere Videos dazu sehen möchtest, auch ein bisschen mehr so in die Tiefe gehend, Tutorials, dann schreib es einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Hast du vielleicht die Nik Collection 5 schon selber oder würdest du sie dir kaufen? All das kannst du mir gerne mal als Feedback dalassen. Und ansonsten lass dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und abonniere vor allem auch den Kanal, falls du noch nicht getan hast. Denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Du kannst auch gerne bei meinem Podcast mal vorbeischauen oder auch bei Instagram, je nachdem, wie du Bock hast. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao. Bis dahin, mach's gut.